Eröffnung eines Sportstudios, Yusuf Wilkosch ist dabei und nützt gern die Gelegenheit zum wertvollen Erfahrungsaustausch mit Altmeister Arnold Schwarzenegger. Und weiter geht's, weiter geht's, aber nicht nach außen, sondern nach hinten, die Schulter rein, und immer ganz so gerade innen, und wieder runter, und wieder runter, genau, und ausstrecken, gut, und konzentriert werden im unteren Bizeps, und jetzt wieder rauf, natürlich, wir denken jetzt an 220 Inch Bizeps, sehr gut, und wieder runter, und jetzt nur bis hier und wieder rauf, und runter, und raus, und dann tun wir den Daumen rein, immer rein, genau, und zwar runterbleiben, und das zu machen fest, ja, beide zu machen, gut, sehr gut, sehr gut, Bauch einziehen, gut, sehr gut, so gehört er nicht. Bist du mit dem Rizepsutspanner, also? Ja, ein Trizeps hin, ein Trizeps hin, ein Trizeps. Ja, ja, jetzt haben wir's. Das fliegt ja da jetzt aus. Das muss ich ja wirklich nicht sehen. Das muss man jetzt auch. Ich möchte einen Winz im Saal. Ja, das geht's jetzt. Ja, jetzt haben wir es. Ich soll die Orgern gerne reinkommen und das ist gut. Jawoll. Ja. Sehr gut. Fantastisch. Also. Bleib jetzt zu Wort. Ich nehme mal zu. Du bist gut und auf den Winz. Servus. Wie gesagt. Meisterschaft verpflichtet. Do it. Do it. Come on. Come on.